Immer, wenn ich jemandem erzähle, dass ich Seglerin bin, dann sagen sie, ah, deswegen bist du so schön gebräunt, weil sie halt irgendwie der Meinung sind, ich liege mit einem Bier am Deck herum und liege den ganzen Tag in der Sonne und die, glaube ich, sehen oder wissen überhaupt nicht, dass es diesen anderen Teil, also diesen Leistungssport auch gibt. Und es ist halt extrem schwer, das zu übertragen und zu erklären. Und es muss, glaube ich, so viel Zeit kosten und so viel Geld kosten und das mit uns interessiert. Okay. 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 Hauptsache ist es einfach, wenn man viel in der Welt herum kommt und weil kein Tag gleich einem anderen ist. Also es ist jeden Tag, jede Wettfahrt, jede Kreuz, jede Vorwinde, es ist einfach immer was anderes. Und das ist, glaube ich, einfach was, was mir dauert. Okay. Ja. Hierarya Once Ich denke, es ist eine gute Praxis für den Planen und die Lösung. Ich denke, es ist eine gute Praxis für die nicht erwartete. Ich habe die Idee, in einem Training Camp, wo wir einen von uns machen, in der Mitte der Training zu machen, eine große Fak-up. Ja, ich verstehe, was du gesagt hast. Ich denke, es ist gut für die Praxis und die Veränderung der Planen und die Lösung. Ich denke, es ist eine Praxis für die mentalen Kondition, weil es von mir ist. Ich denke, es ist eine große Herausforderung. Ich denke, es ist eine große Herausforderung. Ich denke, es ist eine große Herausforderung. Und jetzt, warum nicht du vorher raus bist, in der Stelle? Nein, du warst nicht! Du warst auf dem Boot, du warst nicht der Fak-up. Und dann ist olympisches Segel nochmal ein ganz anderes Level und es festsieht einen so, wenn man an dieser Startlinie steht und man hat was vor sich, eine Race vor sich und dann ist es irgendwie alles. Es ist ein unglaubliches Gefühl und wenn man dann noch ein Ergebnis belegt, dann ist es besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ange, Hey, don't worry, it's difficult. Was mit der Platine? No. I always do, as soon as I get into a bit of shit, I only do bad decisions. Oh, it's normal. You think you are the only one? Yeah, but I'm the only one who fucks it up. Let's make sure. Did you see the Brazilian party for today? Yeah, but here it is. This one? Yeah. Yeah. You at least. Yeah, she does at least. It's really cool, don't you? Mallorys are the top ten of the list, the entire list, well, the results. And they have, like I said, on the fifth day of the World Cup a last race, only the top ten. It's always super cool. It's short and it's a great atmosphere. It's a super cool atmosphere, because it's live, and at home, it's best for when you're at the top ten of the World Cup and you're at home, and I'm going to go to the top ten of the World Cup. I'm going to go to the top ten of the World Cup. So many are not going to go to the World Cup, but a lot of people are going to go to the World Cup. So, we really should be off the top ten of the World Cup. We could go to the World Cup走 Be 뮤 paddle, we've missed how there are stories. Nice, nice, nice. Gun îl. we're having fun today, Ich glaube, es ist schon hart, sechs Mädels zu trainieren und die Auswertung zu wissen. Aber ich glaube, unser Trainer ist eigentlich ganz glücklich mit uns, mit unserer Fatsche und mit jedem einzelnen Boot. Und ja, wir müssen immer noch nach oben. Das ist ja wunderbar. Sing it! Woohoo!